moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge castle of hearts für die nintendo switch exklusiv und ja kapitel 3 sind wir angelangt dreiköpfige schlange in der letzten folge zerstört bzw die köpfe abgehauen und wir legen gleich los mit dem ersten abschnitt neues setting eventuell mal ein bisschen und das ist der einzige weg zum schloss er wurde seit jahren nicht benutzt ok wird ihm gehen ich hab mir arg ist dieser ok naja meine schneedanzhaft ist auch ganz nett ne ja 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 Oh, das sieht aus wie ein Greif. Oh, kleine Falle, was? So. Okay, da ist noch ein Hayopi. Okay, das ist mein Messer-Funk. Okay. Das war ganz clever. Ich wollte eigentlich das machen. Wieso? Oh, die ist eine Truhe. Die kann man immer rüberkommen. Stecken ja verschiedene wunderbare Dinge drin. Ist das der erste, die er macht? Ja, der zweite. Ich habe echt schon wieder einen verpasst. Das angeht wenig echt schlecht. Oh, warte mal. Oh, nein. Oh, ho. Das war echt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ho. Jetzt habe ich auch echt die Hälfte. Man hat irgendwie überall. Das muss ich in dem Leben nicht nur noch tun. Das bringt eigentlich, weil ich sterbe sowieso jetzt. Okay, ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. Das ist einfach so. Oh, okay. Das muss ich auch noch nicht hin. Oh, nein. Das ist einfach so. Oh, nein. Oh, komm, ich weiß nicht, ich fand aber nicht schlecht. Oh. Mach mal. Ach, da war gar nichts Cooles drin oder so, ne? Oh, der Mann hat ne Bombe, na gut. Egal, wenn man sich nicht mal einlässt. Oh. Oh, passt ja. Perfekt. Ich bin hier ab. Kann man nur Steine, würd ich sagen. Oh nein. Oh nein. Das war ja blöd. Das war ja wirklich blöd. Okay. So, zwei Schwerter ab. Boah. Ein bisschen pingelig, das Spiel, ne? Muss man auch mal sagen. Oh. Oh. Boah. 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 Ob ich sage, ich steine nochmal. Warte. Boah. Nein! Ohhhh, diese Drabenzu ist jetzt aber echt gespeichert, du dumme Leute. Man, man, man. So. Ah, eine Fackel. Wo die wahrscheinlich sehr empfindlich sind gegen Feuer. Aber trotzdem. Okay. So. Boah. Alter, wie viel stecken die denn ein? Die stecken ja richtig viel ein, ne? Ist doch schon scheiße. So. Gut. Nein, was ist das? Schnee, nicht rutsch ich? Ah, ist da noch mal los. Nein! Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. so da kann man ja richtig schwer damit damit ich irgendwie gebrauchen kann oh kleiner glaseffekt hier r 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 Oh, okay. Und schon. Da kann man was kaputt machen würde ich sagen, aber nur mit ner Bombe, schade, eine Bombe habe ich nicht mehr, naja, ich werde schon wieder zum Diamant drin gewesen sein, oh nein, oh nein, das hält doch nicht, das hält doch nicht. Das war dann nur mit einer Bedeutung, mit einer Bedeutung. Das Ganze ist nev preparem. Pfeifen schön, Gute zu sehen. So, die gefallen, ne? Wollen wir mal fahren. Das war wieder recht typisch dumm. Okay, ruhig so weiter hier. Das war auch nicht schlecht, oder? Das war auch nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Okay, ne? Okay, okay. Jetzt schaffen wir es. Ganz sicher. Das ist im Burin. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Hä? Ich bin doch weit genug gesprochen. Aber ich kenne es. Nicht so schlecht. Nochmal. Ich bin doch ein Cord. Oh mein Gott,iu Wack TON! 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 Das klingt besser. Okay, da kommt noch einer, so ein Fähig. Möchte ich mir eine Fackel an den Kopf werfen. Ausprobieren. Da. Dann brennt er nicht. Dann laufen noch mal die Börsen. Oh. Das ist aber verdammt schnell, wenn die Energie nicht komplett weggeht. Das ist blöd. Das wäre schwerer, das Spiel. Ich werde immer langsamer. Das macht ja auch so. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ah, ausgetrickst, Leute, ausgetrickst. Oh. 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 Ne, lauf mich. Ist auch geil, ne? Oh! Da hätte man ein bisschen warten, oder? Aber das ist ja kein Problem. Kann ich jetzt machen. Oh! Und? Super! Okay. So, puh. Das war auch wieder ein harter Abschnitt, fand ich. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich freuen. Und ja, sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss! Bis dann и jetzt. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020